Es läuft so. Der Gewinner macht dem Verlierer eine Mische. Darum geht es in diesem Spiel. Schon eine Babamische, so 90, 10, Beverly Hills. Da musst du zwei aufziehen. Und er muss vier Schlöcke und vier aufziehen. Und der Scheiß wird aufgeregt. Nix! Drücke links? Neun, nach Richtung sechs links. Aber es geht anders runter. Ich werde die beste Karte. Klinisch. Asche wird seitlich. Perfekt. Ich schläge Ass. Das heißt, alle müssen einen trinken. Olle ist wieder am Nerv. Telefon klingelt zehnmal. Hol mir ne Flasche Grey Goose. Heute ist mir alles egal. Sitz mit den Brüdern vom Ink. Wir spielen Ghetto Mau Mau. Die erste Runde auf mich. Die nächste geht dann wohl aufs Haus. Hängen vom Kiosk, zehn Geld. Ja. 81 Savage und YRG. Versace, Versace, Versace. Carlos ist heute auf Freigang. Noch ein Grund mehr, um zu feiern. Pasta Alente bei Mario. Wir werfen Bündel vom Cabrio. Olle ist wieder am Nerven. Telefon klingelt zehnmal. Hol mir ne Flasche Grey Goose. Heute ist mir alles egal. Sitz mit den Brüdern vom Ink. Wir spielen Ghetto Mau Mau. Die erste Runde auf mich. Die nächste geht dann wohl aufs Haus. 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 Wir sehen uns, bis heute. Dienen Sie sich so aufs Haus. Das sind deine Ohr, ihr es. Bis zum nächsten Mal.